Hey mein Lieber, falls du gerade in einer Situation bist, in der du dich selbst fragst, wie kann ich die Frau in mein Leben ziehen, die ich wirklich will? Wie kann ich es schaffen, dass ich die Frau endlich an meine Seite bekomme, mit der ich sogar den Rest meines Lebens verbringen kann, mit der ich eine glückliche und zufriedene Beziehung führen kann und die mich einfach erfüllt als Partnerin? Dann könnte es sein, dass er sich interessiert, die Meinung von jemandem zu hören, der nicht nur tausende von Frauen angesprochen hat, sondern selber früher auch nicht wusste, wie er die Frau in sein Leben ziehen kann und mittlerweile an dem Punkt ist, dass er ganz genau weiß, wie bekommt er diese Frauen und wie kann er sie auch halten in seinem Leben? Und nicht nur das, sondern der es auch hunderten von Männern beigebracht hat, wenn nicht sogar tausenden, wenn man die mitbezählt, die sich meine Online-Kurse angeschaut haben und mir dann Feedback geschickt haben, dass es ihr Leben verändert hat. Wenn dich das interessiert, dann wirst du hier definitiv am richtigen Ort, denn falls du mich noch nicht kennst, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Matteo und mein Job ist es, seit Jahren Männer erfolgreich bei Frauen zu machen und sie dazu zu befähigen, nicht nur die Frauen zu erobern, die sie wirklich wollen, sondern die auch dann wirklich in ihrem Leben zu halten. Und wenn das was ist, was dich generell interessiert, dann bist du auf jeden Fall richtig hier, dann kann ich dir nur empfehlen, abonniere mal den Kanal, klick die Glocke an, dann verpasst du keines der künftigen Videos mehr. Und falls du vielleicht sogar schon an dem Punkt bist, dass du nicht nur jetzt hier dieses Video interessant findest, sondern dass du eigentlich nach diesem Thema gegoogelt hast oder gesucht hast, weil du nach einer Lösung suchst, weil es dich schon frustriert, dass es gerade nicht so läuft mit den Frauen, wie du es möchtest und dass du nicht die Frauen in dein Leben beziehen konntest, die du wirklich willst, dann kann ich dir sagen, ich habe das schon für hunderte, wenn nicht sogar tausende Männer gemacht. Das ist immer schwierig, das so zu tracken. Ja, natürlich schon mit tausenden Kunden gearbeitet, aber letzten Endes nicht jeder, dessen Leben du veränderst, schreibt dir eine Nachricht. Allerdings habe ich ja unglaublich viele davon bekommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn das was ist, woran du arbeiten möchtest, kannst du einfach mal hier oben draufklicken und kannst dir das mal ansehen, was ich da für dich habe. Dann kannst du vielleicht auch bei mir zusammenarbeiten und wir können das Thema sehr gut lösen, denn das habe ich wirklich schon mit unzähligen Männern hinbekommen. Also, wenn es dich aber einfach in erster Linie interessiert, wie kannst du als Kerl das schaffen, dass du wirklich die Frauen anziehst, die du möchtest, dann lass mich dir einfach mal ganz kurz eine Analogie geben, die nichts mit dir zu tun hat, damit es für dich leichter ist, das zu begreifen. Weil wir stehen oft mit unseren eigenen Gedanken mitten im Wald und sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und wenn wir dann aber jemand anderen oder seine Situation betrachten oder seine Geschichte hören, dann ist es uns plötzlich einfach möglich, aus der Vogelperspektive auf unsere eigenen Themen zu schauen und zu realisieren, oh, das muss ich verändern. Und zwar, schau mal, ich habe seit mittlerweile, ich glaube 2010 hat es angefangen, seit 10 Jahren hatte ich versucht, finanziell frei zu werden. Und ich habe mindestens 6, 7 Jahre daran gearbeitet und es ging einfach nur schleppend vorwärts. Mir ging es nicht schlecht, aber meine Gedanken waren immer, wie kann ich es schaffen, dass ich mehr verdiene? Wie kann ich es schaffen, dass ich mehr bekomme? Wie kann ich es schaffen, dass ich mehr habe? Und so weiter. Und dann kam irgendwann dieses Umdenken. Da habe ich mich gefragt, okay, was kann ich tun, um anderen mehr Wert zu geben, mehr Wert zu liefern? Was kann ich tun, um möglichst vielen Leuten zu helfen? Denn, mir ist eine Sache klar geworden, und zwar, dein Einkommen ist proportional zu dem Wert, den du in den Marktplatz trägst für andere Leute. Ist klar, wenn du einfach die besten Äpfel hast, wollen alle zu dir kommen und deine Äpfel kaufen. Wenn du dich nur fragst, wie kann ich mehr Äpfel verkaufen, dann kümmerst du dich gar nicht darum, deinen Baum besser zu bewässern und so weiter, bis der Apfel einfach so gut schmeckt und so prall ist, dass jeder den haben möchte. Und genau das ist, was ich meine. Und plötzlich war ich finanziell so frei, dass ich gar nicht mehr wusste, wohin mit der Kohle. Einfach nur, weil ich anderen Leuten mehr und mehr und mehr geholfen habe. Und warum erzähle ich dir das? Nicht, um zu sagen, oh, was für ein toller Hecht ich bin, wie gut es mir geht. Nein, sondern übertrag das mal auf dich. Denn unglaublich viele Männer, mit denen ich spreche, sagen mir immer wieder, Matteo, wie kann ich es schaffen, diese eine Frau zu kriegen? Wie kann ich es schaffen, dass der Typ Frau auf mich steht? Wie kann ich es schaffen, dass so eine endlich sich mal für mich interessiert? Wie kann ich es schaffen, die in mein Leben zu ziehen? Wie kriege ich es hin, die zu halten und nicht nur einmal mit ihm die Kiste zu bekommen? Das ist genau dasselbe Gedankenmuster, was ich damals hatte, was nicht funktioniert. Dieses, wie kann ich, wie kann ich, wie kriege ich, wie kann ich haben? Frag dich, wie kann ich so viel Wert geben? Wie kann ich so wertvoll werden für die Art von Mensch, die ich in meinem Leben möchte? Wie kann ich so nach außen tragen, was dieser Mensch in seinem Leben auch gerne braucht und fühlt und will? Dass, wenn so jemand vor mir steht, automatisch diese Person weiß, oh Mann, das ist genau der Richtige für mich. Das ist die Denkweise, die alles verändert. Weil wenn du an dem Punkt stehst, dass du nicht mehr dich fragst, wie kann ich diese Frau dazu bringen, mich zu wollen, sondern wenn du dich fragst, wie kann ich der Kerl werden, der all das hat, all das kann, all das ist, dass so eine Frau automatisch sich für mich interessiert, dann fliegen dir genau diese Frauen zu, weil sie dich erkennen. Und da kommen wir eben an den Punkt, wo es super interessant wird, denn es gibt im Normalfall zwei Arten von Problemen, die mir immer wieder begegnen bei Männern, wo ich merke, das ist das Thema, das ist der Grund, warum sie ihre persönliche Traumfrau nicht anziehen können. Das eine ist ein Wertproblem, denn frag dich mal, wenn du ein Produkt hast und das ist für dich einfach wertlos, zum Beispiel du bist ein Mann und du siehst einen Tampon und du hast jetzt niemand, der dir gesagt hat, kauf mir Tampons, dann wirst du das nicht kaufen. Das ist für dich ein Produkt, das nicht relevant ist, das keinen Wert hat. Wenn du jetzt aber beispielsweise ein Produkt vor dir hast, was genau das ist, was du möchtest, dann ist es schon von dir implizit so, dass du da Motivation verspürst, dir das anzueignen, das zu bekommen. Oder wo du zumindest den Wunsch hast, das hätte ich ganz gerne. Und das ist eben das Ding, viele Männer leben ihr Leben auf eine Art und Weise, die gar nicht zu den Frauen passt, die sie wirklich wollen. Zum Beispiel, wenn wir es mal jetzt einfach auf der oberflächlichen Ebene halten, höre ich wahnsinnig oft von Männern, oh, ich hätte gerne so eine Frau mit einem tollen Gesicht, die hübsch aussieht, die einen tollen Körper hat, die gut auf sich achtet, die einfach, ja, so weißt du, die richtig gut aussieht und dann guckst du dir den Kerl an und das letzte Mal, dass der im Fitnessstudio war, das war irgendwann drei Monate vorher. Und das letzte Mal, dass der auf seine Ernährung geachtet hat, das war 2012. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, wenn du etwas ganz anderes verkörperst, als was du willst, dann hast du genau dieses Wertproblem. Weil, wenn die Frau dich dann anschaut, dann sieht sie eben nicht genau das, was sie haben möchte, sondern sie sieht einfach nur etwas, was gar nicht zu ihr passt. Weil dieser Kerl legt ja dann in dem Moment gar keine Disziplin, gar keine Ambition, gar keinen Ehrgeiz an den Tag, was aus sich zu machen, sich selber zu respektieren und auch das nach außen zu tragen. Denn mit jeder Handlung, die du machst, schreibst du ja deine persönliche Geschichte. Und die ist einfach sichtbar, wenn man dich ansieht. Ja, was ist deine persönliche Geschichte? Sieht die so aus, dass du die ganze Zeit nur bei McDonalds isst und dass du die ganze Zeit nur Zigaretten rauchst und ungesund bist und siehst dein Gesicht schon so aus vom ganzen Sorgen machen und dich selber zermatern und negativ denken, dass du schon tiefe, eingefallene Augenringe hast und all das? Oder siehst du glücklich, ausgeglichen, fröhlich, gesund und sportlich aus? Das ist ein Punkt. Das sehe ich bei unglaublich vielen Kerlen. Diese Kerle, die nur auf der Couch hängen, die nicht viel aus sich machen, die sich selber nicht auch mal ein bisschen antreiben und sich fragen, okay, wo möchte ich eigentlich hin im Leben? Das ist die eine Kategorie. Die andere Kategorie, das war das zweite Thema, von dem ich gesprochen habe, ist Männer, die eigentlich gar kein Wertproblem haben, die eigentlich tolle Kerle werden für genau die Frauen, die sie wollen. Aber die einfach unglaublich schlechteren sind, sie selber zu vermarkten. Denn, weißt du, du kannst beispielsweise zwei verschiedene Drinks nebeneinander stehen haben im Kühlregal. Das eine hat einfach das perfekte Etikett, das sagt genau das aus, was du willst. Ja, da steht irgendwie genau das drauf, hier gesund und zuckerarm und schmeckt gut und keine Ahnung was alles. Ja, und natürlich und ohne Gentechnik und du liest das und denkst dir, wow, geil, das kaufe ich mir. Und nebendran ist einfach nur irgendeine Flasche, so ein abgeranztes, fast leeres Etikett. Genau das gleiche Zeug drin, vielleicht sogar besser, vielleicht sogar noch weniger Zucker, noch gesünder, noch mehr Bio, aber keine Sau kauft es. Weil das Etikett, weil die Verpackung einfach schlecht ist, weil das Marketing nicht funktioniert. Und das Beispiel dafür ist zum Beispiel jemand, der mitten im Leben steht, der einen guten Job hat, der auf sich selber achtet, der sportlich ist, aber einfach total introvertiert nicht kommunizieren kann und nicht in der Lage ist, wenn er an der Party steht, mal einfach zu einer Gruppe von Frauen rüber zu gehen und einfach das Gespräch anzufangen. Oder wenn er irgendwo unter Kollegen steht, wo eine schöne Frau dabei ist, die ihn interessieren würde, nicht in der Lage ist, mal eine gute Story zu erzählen, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und zu zeigen, hey, hier bin ich. Guck mal, ich bin available, ich bin verfügbar. Das ist auch immer wieder genau das, dass die Männer dann dadurch keinen Erfolg haben. Und wie gesagt, wenn du einerseits derjenige bist, der Schwierigkeiten damit hat, der einfach nur nicht gut flirten kann, sich nicht gut verkaufen kann, dann kann ich dir anbieten, guck dir mal dieses Video an, nachdem dieses Video hier zu Ende ist, flirten dann in 20 Minuten, das wird dir massiv weiterhelfen, wenn du an diesem Punkt stehst. Und das sind einfach genau diese Themen, warum die meisten Männer nicht in der Lage sind, genau die Frauen anzuziehen, die sie wollen, weil natürlich kannst du dir jetzt irgendwelche YouTube-Videos angucken, wo dir erzählt wird, hey, das ist der Trick, mit dem du Frauen ansprichst. Ich mache ja auch teilweise Videos, wo ich erkläre, das ist der Spruch, das ist der Trick und so und so funktioniert. Jetzt, schon klar, das ist ja auch ein wichtiger Teil des Ganzen, aber viel wichtiger, wenn du willst, dass das Ganze keine Reibung hat, sondern dass das klickt, dass es einfach funktioniert und du diese Frau auch halten kannst und nicht nur irgendwie für ein Techtel-Mächtel gewinnen kannst, bis sie wieder nüchtern wird und merkt, nüchtern im Sinne von außerhalb deines Einflusses ist und dann merkt, der passt nicht zu mir. Wenn du wirklich willst, dass die bleibt, dann musst du auch nicht nur dieses Marketing haben, dich gut verkaufen können, sondern eben auch diesen Wert innerlich generieren, der für diese Frau auch passt. Das ist natürlich von der einen Frau und zur anderen Frau auch ein bisschen unterschiedlich, aber letzten Endes gibt es immer wieder Dinge, die du als Kern einfach tun kannst, die dich besser positionieren. Das ist, du kannst an deiner Kommunikation arbeiten, du kannst an deinem Selbstwert arbeiten, du kannst an deinem Selbstvertrauen arbeiten, du kannst an deiner Präsenz, deinem Charisma arbeiten und vor allem, du kannst daran arbeiten, überhaupt die Chancen zu sehen. Wie viele Männer laufen durch die Stadt, laufen durch ihr Leben, sehen unglaublich viele schöne Frauen, die sie gerne kennenlernen könnten, trauen sich aber nicht, weil die sind ja nicht in meinem Freundeskreis, die kann ich jetzt nicht anquatschen. Nein, Quatsch. Du weißt einfach nur nicht, wie es geht. Und das kann man ändern. Es gibt erwiesenermaßen ganz entspannt und authentisch und locker und cool Möglichkeiten, eine Frau, die beim Bäcker hinterm Tresen arbeitet oder eine Frau, die dir gerade dein T-Shirt verkauft hat oder eine Frau, die du auf der Straße siehst, die an der Bushaltestelle wartet oder eine Frau, die einfach nur gerade mit ihren Freundinnen in der Bar rumsteht, anzusprechen, für dich zu gewinnen, zu begeistern, zu erobern und zu deiner Affäre oder zu deiner Freundin zu machen. Und das haben schon tausende Männer erfolgreich gemacht. Und alles, was du dazu tun musst, wenn du das lernen willst, ist einfach nur, abonnier den Kanal. Du kriegst hier immer wieder Videos. Du kannst auch in meinem Kanal auch mal ein bisschen stöbern. Da haben wir schon unglaublich viele Videos gemacht. Und das kommt auch alles aus der Praxis. Also ich erzähle dir hier keinen vom Pferd, sondern alles, was ich dir hier sage, habe ich auch selbst umgesetzt, beziehungsweise schon anderen Männern beigebracht, die damit Erfolg hatten. Und das auch nicht erst seit gestern, sondern ich beschäftige mich mit dem Thema schon seit 2007, also, oder, ja, 2007, 13 Jahre jetzt, wenn du das Video in 2020 schaust. Und abgesehen davon, Coachings seit, ja, ich weiß nicht mehr mehr wie lange, einfach seit unzähligen Jahren. Und was ich dir sagen kann, ist, der Kram funktioniert. Und alles, was du tun musst als Mann, wenn du da noch keinen Erfolg hast, einfach nur, verändere das. Guck mal, verkaufen kann man lernen, Autofahren kann man lernen, schwimmen kann man lernen. Man kann auch den Umgang mit Frauen lernen. Und vor allem, das bedeutet letzten Endes, man kann Erfolg mit Frauen lernen. Und wenn du bisher nicht die Frau an deiner Seite hast, die du wirklich willst, dann kannst du das lernen. Und wenn du dabei den Boost einlegen möchtest und mit mir arbeiten möchtest, dann schau dir unbedingt mal hier oben auf diesem i, ja, ich glaube, es ist hier oben, vielleicht ist es auch hier, schau dir unbedingt mal dort dieses Video an, was ich da für dich habe. Da geht es ein bisschen darum, wie das Ganze weitergeht. Und du hast auch die Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten beziehungsweise zumindest mal ein kostenloses Beratungsgespräch zu machen. Das kann auf jeden Fall mal nicht schaden. Wenn du über 21 bist, ja, eine gewisse Reife muss man mitbringen, weil ich einfach weiß, das, was wir beibringen oder ich und mein Team beibringen, mein Team und ich, das muss man auch umsetzen. Und das, ja, dazu muss man einfach mindestens, meiner Meinung nach, 21 sein. Aber wenn du das hast und erfolgreich sein möchtest, klick dir das gerne mal an, schau dir das mal an. Das wird dir auf jeden Fall weiterhelfen. Viel Erfolg bei der Umsetzung. Ich hoffe, dass dir das weiterhilft, dass es genau das war, was du jetzt gerade hören musst oder musstest. Und, ja, Mann, sorg einfach dafür, dass dein Wert an den Punkt kommt, wo du ihn brauchst und sorg dafür, dass du ihn auch kommunizieren kannst. Und dann steht dir wirklich nichts mehr im Wege. Und das ist es, was ich dir auch wirklich wünsche. Und wenn du mir persönlich eine Frage stellen möchtest, kannst du das auch gerne auf meinem Instagram tun, Matteo-Diem. Kannst mir doch einfach folgen, schick mir eine Nachricht. Nur nicht böse sein, wenn ich nicht sofort antworte. Ich kriege hunderte von Nachrichten. Das ist halt einfach gerade so. Aber ich beantworte sie auch immer wieder mal, nehme mir einen Tag Zeit und antworte dann. Also schreib mir da gerne. Viel Erfolg. Bis zum Exilie. Bis zum Exilie.